Böse und faule Menschen liebt Gott nicht, sondern er wirft sie in die Hölle. Matthäus 25, Vers 30 Selbst solche, die von ihm ursprünglich erwählt wurden, verwirft er, wenn sie nicht an die göttliche Autorität Jesu glauben wollen und sich einbilden, ohne das Gnadengeschenk des Opfers Jesu in den Himmel gelangen zu können. Matthäus 8, 12, Matthäus 22, die Verse 13 und 14